Jau Leute, ich bin das Wetter wie ihr seht, habe ich wieder mal einen Brief bekommen. Machen wir mal hier auf. Mal schauen, was ich bestellt habe. So, das war einmal, wie man sieht, Super Mario 64 für die NES. In einem guten Zustand. Jau Leute, das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.